Moinsin Leute, ich bin's wieder, TWSRP. Diesmal geht's um die M4A1 Liberty. Die M4A1 Liberty ist eigentlich genau das gleiche wie eine M4 Silver, nur eben halt, sie hat einen anderen Skin, denn vom Gewicht, von der Power und von der Reload Time sind sie gleich, nur eben halt, dass diese wirklich einen anderen Skin hat. Auf jeden Fall, ähm, woher sie bekam, äh, sie kam aus, also sie kam 2011, das war jetzt schon ein Jahr her, ähm, vor einem Jahr kam sie raus mit der Map Compound und dem Navy Seal Patch, also den mit M4A1, Navy Seal Char und den zwei Ribbons, die man, also irgendwie war das Navy Seal, ähm, Weak und Navy Seal als Charakter und MK23, so kommen alle, das muss man haben, ähm, ähm, früher waren die denn für 30 Tage, eben halt, für Coupons erhältlich und ich glaub, das waren auch nur 30, so, äh, wenn nicht sogar ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Auf jeden Fall waren's gar nicht so viele, man konnte sie, ähm, echt leicht bekommen und viele haben sie auch noch, das ist mir auch gefallen. Ähm, ich hab schon mehrere Accounts damit gesehen, vor allem Deutsche auch noch. Und, ja, nochmal ein fettes Dankeschön an das Gaming Archite, der mir da, ähm, alles bereitgestellt hat. Auf jeden Fall ist das Game Play nicht von mir, also die Kills und so alles, das ist nämlich von, ähm, Gaming Archite. Und, ähm, ja, also, ähm, von dem Punkt Power her, sie ist genau gleich wie die andere Silber, also, ähm, auf den Kopf von Net Damage, von der Close Range bis weiter, ähm, dann macht sie an die 36 bis 35 von der Close Range auf den Körper macht ihr, also, auf den Körper macht ihr an die 35, 36, 37 Damage so, ähm, also, ja, es geht leider ziemlich viel Wallbang. Und, ja, also, wirklich, darüber gibt's nicht viel zu labern, und Recoil ist genau das gleiche Gewicht, ist genau das gleiche, wie die um die Silber. Range natürlich ist ne Rifle, also, was soll man da sagen, ist kompletto, also, das Gute ist ja, dass sie ein Schalldämpfer hat und somit, ähm, vom Nahen hört man die nicht auch auf weiteren Tanz, hört man die Schüsse nicht, man hört nur die Aufschläge, das ist echt krank, also, man müsste schon ein extrem krasser Guter, ähm, ja, es ist jetzt Soundplayer sein. Ähm, auch sehen, wie gesagt, das ist die amerikanische Flagge, also, irgendwie war da so ein Event, ich weiß, was hier ist, ne? Auf jeden Fall, ähm, gefällt mir auf jeden Fall der Schalldämpfer, einfach nur Hammer und das Magazin, ist auch noch so mit den rot-weißen Streifen und den Stern auf den Bodybell oben, das ist einfach ganz gut gemacht, und, wenn man das war, wenn ihr mit, ähm, Big Gaming, Big Gaming Archive, also, Only Game One, früher als, Only Game One, abonnieren würdet, und, ähm, sucht einfach mal unsere Seite, unsere Facebook-Page, ähm, ja, ist jetzt neuerdings eröffnet, und, ja, besucht sie einfach mal, like sie, wenn ihr mögt, und, ja, das war's für M4 Liberty, Dein Hund ist besser als meine, Kevin, ne, Dein Hund ist besser als meine Katze, besseres Deutsch geht nicht, und, ähm, ja, Dankeschön an X-Game Archive, ich wurde gezwungen dazu, das zu sagen, damit ich die Reviewen darf, also, naja, das Gameplay haben darf, und ich denke mal, das war's von mir, wenn ihr mich abonnieren werdet, genauso wie X-Gaming, genauso wie Crash Bananarama, und zudem wird morgen oder übermorgen ein Serious Tense 2-Lit-Play kommen, ähm, und zwar, der Verlierer wird singen, was haltet ihr davon? Also, der mit den nächsten Punkten wird singen, und, ja, schaut euch einfach mal an, ähm, ich werde es in paar Tagen hochladen, schaut euch an, auf jeden Fall, ähm, und bis dann! Und, ja, schaut euch an, auf jeden Fall, ähm, und bis dann!